Masokka begrüßen. Kommt der heute nicht? Nein, also wie gesagt, der ist ja sehr häufig geschäftlich unterwegs. Der Valentinus geht uns zwar noch ab und Valentinus hat also mit dem Masokka, weil er jetzt bei Masokka angestellt ist, vereinbart. Und ich richte mich danach, dass wir zwar heute wie den gewohnten Weg gehen um den Asokka keine Schwierigkeiten zu machen, weil die Abänderung kommt also später dann, als erst Ende März kommt, das ist so ein Gespräch dann wieder beim Valentinus der Engel, was wir dann abändern wollen. Uns kommen auch noch einige Ideen, die also einfließen sollten, welche Änderungen wir denn da machen, damit wir vielleicht mehr Ansprache erreichen. Aber wie gesagt, für den heutigen Spaziergang, wir machen jetzt selbstverständlich wieder laut, alte Route. Also besuchen wir die Bärne, klar. Dazu komme ich jetzt sofort. Die besucht uns. Und es gibt also dort einen Vorschlag, dass wir so, wo ist jetzt der Matthias? Der bringt eine Hand, glaube ich, ins Auto. Dass wir so ab dem Bahnhof kurz das Trommeln einstellen. Wir machen am Adolf Schärfplatz, nicht den anderen Adolf Schärfplatz, machen wir dann unsere übliche Ansprache. Wir können es auch da schon drinnen machen am Beierhammerplatz. Am Portsteinplatz können wir auch mal stehen bleiben und Ansprache machen. Aber bitte seid ihr lieb, nehmt zur Kenntnis, dass wir halt dieses kurze Stück mal die Trommeln aussetzen. Wir werden dort das entsprechend mit Lautsprecher haben. Dann mitfassst du heute was mit? Nix. Ich besitze kein Megafon, ich habe eine laute Stimme. Passt. Dann werdet sich laut machen. Aber der Valentin soll vielleicht ein Megafon mit. Auch nicht. Kein nächstes Mal ans Passt. Also entsprechend laut uns äußern. Gut. So weit zu diesen Dingen. Der Valentinus ist jetzt auch da. Ich kann das nur noch wiederholen. Wir gehen normal laut bis zum Bahnhof. Und ab Bahnhof gehen wir also bis zum Neue Becker da draußen. Gehen wir also ohne Trommeln und dann fahren wir. Aber nicht so in den Becker. Bei uns am Zwein. Renate bitte verstehe den Asoka. Und ich werde mich dem nicht unterwerfen. Weil ich will also nicht seine angemeldete Hemmo stören oder umbringen. Und das droht uns. Ist das der Grund wahrscheinlich? Ja das droht uns. Der Magister Eingang hat gesagt, wenn er so noch mehr Beschwerde kommt, dann haben wir ein Problem. Weil wir die Grundrechte. Das hat damit nichts zu tun. Also haben wir jetzt echt Nazi-Gesetze, nach denen wir uns richten müssen. Ja wir haben das. Und ich kann eigentlich noch ganz andere Dinge auch noch was vielleicht drüben auch noch erklären. Müssen wir jetzt in einen anderen Widerstand treten. Wir haben ja auch das Problem, dass es unseren Friedensforscher Dr. Daniel Ganser ausgeladen haben. Aus unerklärlichen Gründen. Aus unerklärlichen Gründen. Nein, nicht unerklärlich. Und die haben gesagt, das ist ein ganz rechtsextremer Kerl der. Ein Friedensforscher ist ein ganz rechtsextremer Kerl und da darf man ihm also die Halle nicht vermieten. Also wir wissen, wo wir gelandet sind. Da konnte man für den Daniel Ganser eine laute Demonstration machen. Gut. Aber noch einmal, ich bitte euch darum das zu akzeptieren. Weil wir wollen noch länger gehen. Weil sonst haben wir das Problem unter Umständen, dass es wir... Also die Leitkühlen-Server beschweren. Also ich bin natürlich bei dir, dass wir theoretisch noch länger gehen wollen. Und ich bin auch ganz bei dir, dass du dem Veranstalter, dem Ashoka, da nicht in den Rücken fällst. Und völlig legitim. Die Frage ist nur, welchen Sinn hat ein Protest, bei dem die anderen bestimmen, wie er abzulaufen? Und auf welcher Rechtsgrundlage beruht das? Das darf mich noch mehr interessieren. Die Rechtsgrundlage ist, dass uns die PH sagen wird, wir machen zu viel Laut, zu viel Lärm. Nein, das ist nicht die Rechtsgrundlage. Das ist eine willkürliche Maßnahme. Natürlich ist es eine willkürliche Maßnahme. Ja, aber kein Rechtlich. Dann sag, willkürliche nicht, rechtliche. Das ist eine Rechtsgrundlage. Nein, wie gesagt, dass ich akzeptiere das für den heutigen Abend. Aber ich muss einfach sagen, wenn man jetzt das Demonstrations- und das Versammlungsrecht, wo die Trommeln ja schriftlich angemeldet sind, dahingehend sagt, da kann sich jetzt jeder, der sich gestört fühlt, sei es ein Anrainer, sei es irgendein Politvertreter, sagen, das unterlassen wir jetzt, das machen wir nicht mehr. Dann wird uns ja vom System vorgegeben, wie wir generell demonstrieren dürfen. Und das führt ja die Idee einer Demonstration, gegen etwas aufzutreten, eh ad absurdum. Dann können wir es ja gleich bleiben lassen. Also wenn wir heute als Gruppe, jetzt nicht am heutigen Tag, sondern wenn wir heute in diesen Zeiten als Gruppe vor einer einzelnen Bianca oder einem BH-Mitarbeiter jetzt sozusagen kuschen, dann brauchen wir das eh nicht mehr machen. Aber wir konnten ja auch noch einen Pfarrer ansagen, weil er in der Früh die Glocken leitet, oder? Ja, versteh mich bitte. Ich werde dazu sowieso etwas sagen, am Schärfplatz, weil ich den Vornamen jetzt weglassen will. Ich werde dazu etwas sagen, damit diese Dame das vielleicht auch ein bisschen mitbekommt. Aber noch einmal, du hast es ja richtig aufgenommen. Ich will dir auch sagen, wenn ich das in den Rücken fahre. Nein, nein, das verstehe ich ja. Das verstehe ich ja. Ich glaube nur, dass man sich diese Schmälerung unseres Demonstrationsrechts über kurz oder lang nicht kampflos bieten lassen darf. Und ich kann folgendes bitte dazu sagen, Richi, habt ihr eh angedeutet, Ende März ist ein Gespräch eben mit dem Magister Engel und in Asoka und dort wird also die Sache geklärt, in welcher Form wir im weiteren Sinne das Ganze durchziehen. In der Verfassung ist das schon geklärt? Ja. Ja? Ja, dann kann ich dem Pfarrer auch anzeigen, wenn in der Früh die Glocken lebt. Bitte schön, du kannst es ja nicht von uns verlangen oder von mir verlangen, dass ich... Wie weit wollen wir kommen mit diesen Guschen und immer... Ich verstehe das für den heutigen Abend, weil der Veranstalter nicht da ist und du sagst, du willst es nicht eigenmächtig machen, verstehe ich absolut. Aber ich denke mir, dass man gegen diese Entscheidung generell, sei es rechtliche Schritte oder anderwärts, was tun muss, weil wenn heutzutage einer nur noch das erklärt, ja, ja, ihr dürft polizeilich geführt und genehmigt, inzwischen nicht einmal mehr geführt, weil dafür fehlt das Material oder der Wille oder wie auch immer, zu der Uhrzeit, die wir euch erlauben, unter den Auflagen, die wir euch erlauben, quasi ein bisschen im Kreis gehen. Entschuldigung, dann ist das eine Ponyvorführung vermeintlicher Freiheitskämpfer nach dem Gutdünken von, wie gesagt, irgendeiner Obrigkeit. Das ist so, wie wenn ich im Süden der USA in den Jahren vor 1865 brav meine Baumwolle gepflückt habe und dann, wenn es der Masse erlaubt habe, am Sonntag meinen Blues singen durfte. Ich meine, das hat ja mit Widerstand nichts mehr zu tun. Wir verstecken uns. Elvis, da muss ich jetzt, darf ich, da müssen wir ein bisschen, ich muss da ganz ehrlich sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen, wir müssen taktisch vorgehen. Ich bin da völlig deiner Meinung. Wir gehen seit drei Jahren taktisch vor. Wir machen kein Verbrechen. Als nächstes ziehen wir freiwillig in ein Ghetto, oder? Ist das der nächste taktische Schritt? Sicherlich nicht. Ja, aber schau es einmal nicht einmal. Und wir, und wir, wir werden bei der Polizei genau das, das sagst du. Du sagst genau das bei der Polizei, aber lauthals. Ja, eh. Ja, genau. Ist eh mein Plan. Aber wie gesagt, ich verstehe absolut an Sepp mit seiner Ansage, dass er Masjoker da als Veranstalter heute nicht in den Rücken fällt. Nur wenn wir jetzt Ende März ein Gespräch haben, wo wir das klären, dann machen wir jetzt vier Wochen Kuschen wegen einer Bürgerin, die sich beschwert hat. Das sind viele. Das sind viele. Das sind viele. Und wenn es tausend sind, dann kann ich daheim bleiben, wenn ich keine Aufmerksamkeit. Wir können zuhause bleiben, wenn wir so weitermachen. Lass mich mal ausreden. Wenn wir lauthals keine Aufmerksamkeit erregen, dann sind wir nicht da. Wir tuns. Wir dräumen jetzt los. Ja, aber das ist dasselbe, wenn ich dann daheim bleib. Bitte. Wir machen Folgendes. Ich hab das schon angesprochen, dass ich was nicht dort hörst. Wir gehen ganz normal laut bis zum Bahnhof. Und ab Bahnhof bis zum Adolf Schärfplatz setzen wir das Rammeln bitte aus. Das ist diese Rebekah, bitte. Danke, Bianca. Danke, oder? Nein. Aber wir werden hier einen schönen Gruß aufgeschreiben. Und wir gehen also dann von dort wieder mit Rammeln. Würden wir auch reden? Ja. Verständlich reden. Das wird erst nächstes Monat verboten. Wie gesagt, ich bin einmal fest überzeugt, wir werden der heute eine ganz klare Ansage machen. Und ich bin dafür, ob ihr das zur Hand habt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich bin dafür, dass wir dagegen schlagen. Das heißt, wir werden diese Dame, die uns verlaufen der Kamera als Nazis bezeichnen, anzeigen. Und sie hat dann bitte den Beweis zu erbringen, dass einer aus dieser Gruppe rechtskräftig verurteilt ist wegen einem entsprechenden Delikt. Wenn nicht, dann erwarten wir quasi eine Satisfaktion oder eine öffentliche, schriftliche Entschuldigung. Weil man kann nicht steuerzahlenden Bürgern, also dem Souveränen in diesem Land, nur weil er auf sein verfassungsmäßig verankertes Recht pocht, Entschuldigung, wenn ich das so derb sage, auf den Schädelscheiß. Und wenn wir uns das kampflos bieten lassen. Ich respektiere das heute mit der Trommel, kein Thema. Aber wenn wir jetzt einfach sagen, ja dann machen wir das heute, weil da ist sonst unser Protest bedroht. Nein, das machen wir nicht so. Und wenn die Schule macht, dass der nächste das Protest jetzt von der Brücke nicht mehr gehen wird. Nein, nein, nein. Es geht um ein bisschen eine Taktik. Sie drehen den Strick. Sie drehen den Strick, wie sie wollen. Sie nehmen uns die Taktiken. Und wir sind nicht blöd. Und wir sind nicht blöd. Elvis, bei der Polizei wirst du genau das brüllen. Ja, ja. Und das tun wir. Ja, genau. Verstehst du? Und jeder tut das. Und der Sepp hat bereits schon gesagt, er hat da schon bereits seine Ansage diesbezüglich. Und das tun wir. Nein, ey. Und die drehen uns. Wir brauchen das Ende. Sie sind genau die 70 Prozent von den Impflingen, genau warum wir jetzt hier sind. Die haben sich spritzen lassen. Die sind gegen uns vorgegangen. Und darum sind wir da. Und darum haben wir die Scheiße. Und darum können die 3.000 Leute versuchen, ihre Welt dort durchzusetzen. Aber das tun wir nicht. Es ist fertig. Sie drehen den Haar ab. Es ist einfach fertig. Schluss. Und dann müssen die Stimmen nicht mehr da. Ja, dann gehen wir halt einfach ungenehmig auf die Straßen. Wer willst mir denn verbieten, dass ich in meinem Heimatland auf die Straße gehe? Ganz im Ernst. Ich muss Mama und Papa nicht fragen. Ich bin über 18 Jahre. Ich muss Mama und Papa nicht fragen, ob ich mit meinen Freunden spazieren gehe. Bin ich mit dir auch dabei? Ich stimme dann schon in Halle und zehn Leute an, sich zu beschweren und kann gar nicht mehr gehen. Ich bin heute aus reiner Loyalität dir und Maschocker gegenüber mit dem Plan einverstanden. Wir werden eine klare Ansage machen. Ich halte nur fest, wir dürfen es nicht so weit kommen lassen, dass man eine Protestbewegung von irgendeiner Obrigkeit oder inzwischen schon von Privatpersonen in eine Richtung lenkt, wo die entscheiden, was man mit einem Versammlungsrecht, mit einer Meinungsfreiheit und einem Demonstrationsrecht, das ja geschützt ist bei uns, anfängt. Und wenn in unserer Demonstration, die angemeldet ist, Trommeln schriftlich vermerkt und genehmigt wurden und wir zu einer Tageszeit spazieren, wo ich jetzt sage, ja, es mag Leute geben, die arbeiten, so wie ich selber tue, nachts, der wird sie vielleicht nicht freien, wenn Untertagerlärm ist. Und es gibt Leute, die haben Kinder und die werden sich nicht freuen. Aber wir werden es, egal ob es jetzt um politischen Protest geht oder nicht, wir werden es in diesem Land nie hinbekommen, 100 Prozent der Bevölkerung glücklich zu machen. Das geht einfach nicht. Weil wenn ich heutzutage sage, der Mieter ist glücklich, weil die Miete billig ist, ist der Vermieter unglücklich, weil die Miete billig ist. Das heißt, wir werden es nicht schaffen, alle glücklich zu machen. Nur wenn wir jetzt nach drei Jahren, genauso wie man es in Steyr probiert sagt, wir nehmen denen die Lautstärke, wir nehmen ihr die Instrumentation, sich auf sich aufmerksam zu machen, ja dann können wir, wie der Roman schon gesagt hat, dann können wir eh gleich in unserem Kellerstüberl leise vor uns hin demonstrieren. Das ist die letzte Option, was du gesagt hast, wenn das so weit kommt, dann gehen wir in den Hohen und dann ist das eh das. Dann werden wir einsperren. Aber das ist das Letzte. Aber jetzt vielleicht einfach die didaktische Version. Wir gehen drei Jahre lang einen Schritt vor und drei Schritte zurück. Ja, das scheiße ist das glaube ich nicht. Bis zu lange ist so. Bevor wir jetzt weggehen, noch eines. Ich bin natürlich selbstverständlich bei dir. Wenn du sagst, eine Anzeige machen, musst du dich aber darauf aufmerksam machen, dass das zu deinem Zeitpunkt passieren hätte sollen, wie ich damals gesagt habe, weil du hast so entsprechende Fristen. Das müssen wir beim Bezirksgericht machen. Ja, genau. Und wenn du es dann übersetzt hast, brauchst du gar nicht hingehen zum Anzeigen. Das Problem ist, ich war an dem Abend, wo die Dame das erste Mal auffällig war, ja nicht dabei. Weil ich hätte ja gleich eine Anzeige gemacht. Naja, es geht noch beim Bezirksgericht. Das ist ja wurscht. Das ist egal. Naja, aber gleich, meine ich halt, wäre nicht möglich gewesen. Und deswegen gittig ist eigentlich jetzt, dass wir gehen. Hoffentlich ist so viel heute. Ja. Und wie wir es weiter halten, ist ja völlig egal. Wir können uns das nächste Mal, gehen wir wieder lang, gehen wir wieder vorbei. Völlig egal. Es gibt ja schon eine andere Route, Alter. Bitte? Nein, können wir jetzt momentan eine andere Route. Ich wollte gerade sagen, es ist ja, es geht ja dann, es geht ja nicht darum, ob wir jetzt die Route oder andere waren. Irgendeiner wird sich immer beschweren. Schau was, was tun wir, wenn die Polizei sagt Schluss, dann haben wir mal den nächsten Dienstag, da übernächsten Dienstag, dann haben wir den nächsten Dienstag, da haben wir mal gar nichts. Schau, ich sag reiten. Schau, ich sag dir, was ich tue. Ich tue dann einfach fertig. 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 Aber das machen wir auch mal und dann zum Aufwärts. Das ist mein Pass der Republik Österreich. Ich bin Mitglied der Europäischen Union. Dieser Pass garantiert mir am Papier, egal was das jetzt wert sein mag, freien Waren- und Personenverkehr innerhalb des Hoheitsgebiets der EU. Ich befinde mich als österreichischer Staatsbürger und Steuerzahler. Das ist der Wahnsinn, dass du mir das sagen musst. Hier in Hallein, auf dem Hoheitsgebiet meines Heimatlandes. Das heißt, wenn zu mir ein Polizist sagt, er löst eine Versammlung auf, kann er das gerne tun. Mir zu sagen, ich habe an diesem Platz gerade Platzverweis erhalten, kann er auch. Er kann mir aber nicht sagen, dass ich da nicht einfach zwei Straßenzüge weitergehe in Hallein. Sie können das tun. Sie können es tun, aber sie können denn drei viermal setz das ganze Ding da aus. Sie können es tun, weil wir immer klein beigeben. Übrigens, alles Gute zum Geburtstag. Okay. Ich würde gesagt, ich hätte es alle den Widerstand vor drei Jahren gemacht, wie der Elvis den Iding gemacht hätten, dann würde ich da jetzt gar nicht mehr stehen. Dann könnte ich meinen Geburtstag feiern und nicht auf eine Demonstration gehen zu müssen. Ich sage lieber gar nicht, was ich mir denke, weil dann hock ich wieder ein paar Jahre. Ja, aber das musst du ausmachen. Du kriegst dreimal am Tag ein Mahlzeit. Heizen tanzen, aber du kriegst dreimal am Tag ein Mahlzeit. Und du kannst eventuell ausschlafen. Für das, was mir gerade im Kopf vorgeht, da wird es schon geheizt, wenn du ein Buch anstellen war geheizt. Ja, das ist schon geheizt. Aber auch schon vor zehn, Sie kommen hin. Wie kommen Sie gleich gleich. Ja, genau. Ja, genau. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Weg, ihr Faschisten! Liebe Hallener Bürger, auf heute wiederum ein herzliches Glück auf! Auch wenn ihr euch durch unser Trommelwirbel gestört fühlt, dann wacht endlich auf, denn wenn ihr nicht aufwacht, werdet ihr durch Syrenenwirbel aufwachen. Und ob euch das besser gefällt, ist die Frage, wacht früh genug auf, bevor das eintritt. Denn eines muss klar sein, wir sind hier für den Frieden, für die Neutralität. Wir wollen das alles, dass diese Dinge erhalten bleiben. Und wenn ihr das auch wollt, dann steht endlich auf! Wenn ihr weiter schläft, dann kann ich nur zitieren. Stell dir vor, es ist Krieg und niemand unternimmt etwas dagegen. Dann kommt der Krieg auch zu euch. Und das ist so sicher wie das Amen im Gebet. Also, wacht auf, Hallener Bürger, die schlafen habt ihr lange genug. Jawoll! Hallo Haller, hallo korruptes und vertrotteltes Österreich, hallo Exekutive da hinten. Ich werde meine Stimme heute ein bisschen schonen, denn wir leben wieder in einem Rechtsstaat. Und ich muss meine Stimme an einem anderen Ort nutzen, wo Trommeln nicht mehr sprechen dürfen. Aber zu einem möchte ich euch gratulieren. Jene 450.000 Österreicher, also dreimal die Landeshauptstadt Salzburg, die aktuell ihre Miete nicht zahlen kann. Und ich halte fest, wir haben heute Ende Februar. Die nächste Mieterhöhung steht mit März bevor. Es werden dann also mehr als 450.000 Österreicher sein, die die Miete nicht zahlen können. Ich beglückwünsche euch, ich beglückwünsche euch dafür, dass ihr nicht aufgestanden seid. Dass ihr einem Regime weiter die Treue hält, das euch genötigt hat zu testen, damit ihr arbeiten gehen dürft. Einem Regime, das euch in eine Nadel gedrängt hat, um eure Freiheit zu bekommen. Einem Regime, das euch in Zukunft Mehlwürmer und getrocknete Grillen auf den Teller legt, damit ihr quasi gute Menschen seid und euch korrekt ernährt. Einem Regime, das heutzutage hergeht und seinen Propagandasender mit einer Haushaltsabgabe finanzieren lässt. Egal ob ihr ihn schaut oder nicht, diesen Propagandasender. Ich gratuliere, dass ihr nicht aufgestanden seid und es auch jetzt noch nicht tut. Ich bin stolz auf euch. Ihr zeigt, dass niemals vergessen und nie wieder Faschismus in Österreich eine Worthülse ist, die man ganz, ganz leicht wegschmeißen kann. Wir sind wieder da, wo wir schon mal waren. Wir folgen Führern und es ist schön, dass ihr, die bald kein Obdach mehr haben, immer noch keinen Grund sehen, aufzustehen. Es ist gut so. Schön zu Hause bleiben, solange man noch eins hat. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Hey, ihr Halleiner, ihr mit euren Lodensackos, ihr Häuschler, ihr macht den Einfluss breit, weil wir uns laut sind. Wir, hier, wir sind seit drei Jahren, gehen wir auf die Straße. Ich erinnere euch, der Wiener, der Sadomaso, Hacker mit seinem Ludwig, wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat keinen Grund, sich zu entschuldigen, weil ihr die Maßnahmen mitgetragen habt. Ihr seid schuldig und nicht der. Könnt ihr überhaupt noch hören? Habt ihr überhaupt noch Ohren zu hören? Augen um zu sehen? Scheinbar nicht. Wir, wir gehen hier weit auf die Straße, bis diese Bande weck ist, bis sie sich aufgelöst hat in unserem Licht. Und unser Licht, liebe Halleiner, mit eurem Lodenmäntel, eurer falschen Getue, eurem Häuschlerei. Das müsst ihr wissen. Ich bin sehr wütend, weil wir haben nämlich genau gehört, was gegen uns da alles gesagt wird. Wir stören euch, euch bei der Meditation um falsche, das ist sowas Falsches, was ihr da oben habt, liebe Halleiner. Sowas Falsches und sowas Feiges. Wir sind da für die ganzen Maßnahmen, die Leute in den Altersheimen haben nicht einmal ihre Verwandten sehen dürfen, bevor sie gestorben sind. Jetzt entschuldigen Sie sich euch, diese Typen, die das verordnet haben, mit ein paar blöden Worten. Und ihr macht mit denen mit, die Spritze wirkt, euer Hirn verbrennt, aber nicht bei uns. Ihr habt die Chance. Immer noch. Einfach nur die Chance. Ihr geht da auf die Straße und ihr geht mit uns mit. Und wir sind für den Frieden da. Danke. Und wir sind für den Frieden da. Frieden schaffen ohne Waffen! 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 Frieden schaffen! Und Nazis raus! Drei Worte! Frieden schaffen ohne Waffen! Frieden! 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 Tag! Jaha! He h-ah-ha! Hallo! Hallo talked! Hallo Korruptes! Und vertrosselte Österreich! Heute schweigen die Trommeln! Und ich möchte diese Stille und diesen Frieden nutzen, um ein bisschen was zu erzählen. Es bildet sich gerade eine neue Front. Nein, nein, keine Front an der ukrainisch-russischen Grenze, wo wir seine zwischen zwölf Monaten und zehn erfolglosen Maßnahmenpaketen mit Panzern Krieg beenden. Und weil wir Österreicher blöd genug sind, zahlen wir auch noch dafür. Aber darüber will ich nicht reden. Die neue Front erzieht sich von Hallein bis Steyr. Man will inzwischen das Versammlungs- und Demonstrationsrecht zur Erinnerung in diesem Rechtsstaat. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wie ihr das buchstabiert haben wollt. In diesem Rechtsstaat ist es so, dass die Versammlungsfreiheit, die freie Meinungsäußerung und auch das Recht, damit zu demonstrieren, von der Verfassung, ihr wisst schon, jenem Werk, das unser schweigender Präsident, der einen Solidaritätsbesuch in Kiew macht und damit zeigt, wie sein Verständnis von Neutralität aussieht, immer so lobt. Aber es gibt Bürger und Institutionen und Politvertreter in dieser Republik, die gerade mal aus den Trümmern des Faschismus aufgestanden ist und 1955 ihre Freiheit erhalten hat, die damit ein Problem haben. Sie genehmigen diese Demonstration in Steyr. Sie genehmigen diese Demonstration hier und heute in Hallein. Aber sie haben dann ein Problem, wenn die wenigen Versammlungsteilnehmer entsprechend der Anmeldung und der schriftlichen Bestätigung, dass sie das tun dürfen, eine Trommel oder sogar zwei verwenden. Das stört die Ruhe und den Frieden in diesem Land. Da können die Kinder nicht schlafen. Da werden die Kinder traumatisiert. Jene Kinder, die wir durch Masken tragen, durch die Verkündigung, dass sie ihre Großeltern umbringen werden, durch mehrfaches Nasenbohren traumatisiert haben, jene Kinder, die, und ihr könnt gern, falls ihr den Faktencheck braucht, die Worte von Dr. Strasser nehmen, psychisch in einer tiefen, tiefen, tiefen Krise stecken. Jene Kinder können ab dieser ein, zwei Trommeln plötzlich nicht mehr schlafen und sind traumatisiert. Und deswegen muss man das Versammlungsrecht in guter alter Manier, wo man kontaktlos grüßt und den Nachbarn vernadert, wieder unterbinden. Da macht man dann Anzeige wegen Ruhestörung. Und das ist doch okay so. Das ist gut. Bei einem Fußballspiel in meiner Heimatstadt Salzburg, da toben Pfeifen und weiß ich nicht, was sie sonst noch so machen, tausende Fußballfans. Und manch einer uriniert danach wild in einen Busch. Das stört die Bevölkerung nicht. Aber wenn am Dienstagabend mal getrommelt wird, dann ist die Demokratie in Gefahr. In Hallein und in Steyr. Da gehen plötzlich Menschen auf die Straße. Ja, wo kommen wir denn da hin? Ja, das ist ja ein Wahnsinn. Das darf man nicht zulassen. Niemals. Also bin ich den Behörden dankbar, dass sie der Tradition unserer Vergangenheit wieder hergehen und sagen, was man darf und was man nicht darf. Und was man tun muss, um ein vollwertiger Bürger des Reiches zu sein. Da kann man dann zum Beispiel einen Pass vorzeigen, damit man einkaufen gehen darf. Das ist das System, in dem wir leben. Das ist das System, das aktuell, und ich darf darauf hinweisen, dass die Mieterhöhung Ihnen jetzt erst wieder bevorsteht, 450.000 Bürger dieses Landes, also wir reden von der Menge dreimal der Heimatstadt, meiner nämlich, Salzburgs, in die Obdachlosigkeit treibt. Weil diese Menschen, ich wiederhole es nochmal, 450.000 derzeit bereit ihre Mieten schon nicht mehr zahlen können. Aber das ist in Ordnung. Das ist gut. Weil es geht ja immer um die Solidarität, nicht wahr? Es ist schön. Es ist auch schön, dass diese 450.000 Leute in altgewohnter österreichischer Tradition eh nicht aufstehen. Das ist gut so. Aber da mal ein bisschen was für die vermeintliche Schönheit der Verfassung. Und weisen wir noch mit lauter Stimme im Schatten des Polizeibusses, der da hinten steht, noch darauf hin, dass man auf der Homepage des österreichischen Parlaments aktuell eine Stellungnahme gegen das Krisensicherheitsgesetz abgeben kann. Das haben im Moment ganze 10.026 aufgewachte Österreicher getan, womit gezeigt wäre, welchen unglaublichen Fundus an Demokratie dieses Land hat. Aber schlaft ruhig weiter. Irgendwann werdet auch ihr delogiert oder habt lecker Käferchen am Teller oder eure Söhne müssen in einen Krieg, weil wir plötzlich als neutrales Land an Kriegen teilnehmen, die nicht in unserem Interesse liegen und die nicht unserer Neutralität entsprechen sollten. Aber das war natürlich die alte Normalität. In der neuen Normalität, da spielen wir Krieg. In der neuen Normalität, da beugen wir die Versammlungsfreiheit. In der neuen Normalität, da lässt sich eine Polizei instrumentalisieren, den eigenen Bürger zu schikanieren. Und wessen Geisteskind der eine oder andere Beamte ist, das kann man sich gerade in Trieben anschauen. Ich finde es schön, dass wir so eine gute Regierung haben und ich finde es schön, dass wir so gute Maßnahmen haben und ich finde es schön, dass heute kein Trommellärm ist, dass man auch hört, was ich sage. Vielleicht wacht hier einer auf und goggelt einmal, wie das ist mit der Stellungnahme auf der Parlaments-Homepage-Seite. Und wie das ist, wenn 450.000 Österreicher vielleicht auch bald auf die Straße gehen, weil sie kein Obdach mehr haben. Wobei ich das persönlich ja eher bezweifle, weil der Österreicher tut ja sehr wenig. Der Österreicher grüßt ja kontaktlos, lässt sich testen, ob er den Arbeiten gehen kann und wenn er dann irgendwo seine Freiheit weiter auskosten will, dann läuft er in eine Nadel. Aber unser Kanzler, ihr wisst schon, der ehemalige Innenminister, der in dieser verballenen Zeiten-Republik einen Terroranschlag mit zu verantworten hat, das einfach mal nett ausgesessen hat, wie ein Klimakleber, der dann nach Bali geflogen ist. Und jetzt ungewählter Kanzler ist, der will jetzt Gräber zuschütten. Oh, nein, Entschuldigung, freutscher Versprecher, er will Gräben zuschütten. Und er will eine Expertenkommission ins Leben rufen. Einen Expertensitzkreis. Weil wenn man in diesem Verbeneteitenland nicht weiter weiß, dann bildet man einen Expertenkreis. Derer hatten wir viele. Mit Tarnfleck, Uniform und ohne. Und jetzt, jetzt rudern sie alle zurück. Selbst der Gesundheitsstadtrat Hacker wird kleinlaut hinter seinem Spritzenmännchen, dem brutalen Booster. Aber das ist okay. Versöhnen wir das Volk von der großen Traumatisierung Corona. Ihr wisst schon, jenem Virus, der plötzlich, weil es jetzt, wo sich China eventuell auf russische Seiten schlägt, vielleicht doch aus einem Labor in China kam. Und wieder hätten wir eventuell eine Verschwörungstheorie, die wahr geworden ist. Aber wie gesagt, bei Fragen, einfach einmal die BH Hallein fragen, den Arzt oder Apotheker und hoffen, dass ihr eventuell bei alledem nicht an einen Polizisten geratet, der seine Dienstwaffe benutzt, um seinen Vorgesetzten zu erschießen. Weil diese Leute so unglaublich gut geschult sind und so ein dermaßen starkes psychologisches Rüstzeug haben, dass sie dafür geeignet sind, uns, den Freien, Souveränen, den Steuerzahler und den Bürger zu schikanieren. Ich wünsche euch eine gute Nacht, Hallein. Schlaft weiter. Und eine kleine Ankündigung noch am Schluss, falls einer aus dem Fenster sieht und wissen will, was für ein Rechtsradikaler da ohne Megafon heute Lärm macht. Indien hatte einen großen geistigen Führer, der sein Land mit friedlichem Widerstand in die Unabhängigkeit geführt hat. Was ist der Unterschied zwischen den Indern und den Österreichern? Jaja, fragt doch den Inder. Ich sag's euch. Ganz einfach. Gandhi hat eins verstanden. Ich zieh mal den Federhandschuh aus. Das ist nur einer. Den hat die Sigi Maurer ganz gern. Das sind dann schon zwei. Und das ist das, was Kraft bringt. Wenn alle an einem Strang sind, dann können wir diese Welt besser machen. Aber das geht natürlich nicht, wenn man zu Hause sitzen bleibt, keine Petitionen unterschreibt, keine Stellungnahmen abgibt und die Demokratie am Papier vorbeistreichen lässt und wartet, bis man in der Diktatur aufgewacht ist. Das ist dann, wenn man Leuten ihre Demonstrationen verbietet. Dann ist man in der Diktatur aufgewacht. Aber das muss ich euch ja hier vor der Polizei sicher nicht erklären, denn Österreich ist ja ein Rechtsstaat. Aber ich darf meine Mitstreiter, die wenige Aufgewacht, darauf hinweisen, das ist der Schild, wie wir weitergehen. Das Schildwein, in die Richtung geht weiter. Nazis, raus! Danke für dich. Einfassende Mitteilung. Ich darf am Ende noch etwas. zwei positive Dinge anbringen. Ich darf also bei uns begrüßen einen Gast aus Holland mit recht, recht herzlichen Glück auf! Sie kann nur Englisch. Sie kann nur Englisch. Sorry for interrupting your conversation. He was just inviting you as someone from Dutch. Someone who is able to have a wiser people in this country than we have. Because what happens in Austria would never happen with the Dutch people. And he was just thanking you for being here tonight. Oh, really? Ja! 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 Ich darf also heute einen unserer ständigen Mitbegleiter recht, recht herzlich gratulieren zu seinem Geburtstag. Ich darf ihm alles, alles Gute wünschen, viel Widerstandskraft und ein langes Leben. Alles Gute! Zum Geburtstag Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Und meine Herrschaft, ich darf also vielleicht eines, ich darf es den Richie danken, dass er übersetzt hat, auf eines darf ich euch noch ganz kurz erzählen, ich war also lange in einem englischen Konzern tätig und als ich also das erste Mal in die Konzertzentrale fahren musste, der hat mit meinem Chef gesagt, naja, wir können uns nicht mehr reingehen, ich habe gesagt, naja, es geht schon so, mit rechten Dingen, wie weiß ich nicht, ob ich zurende komme, er hat gesagt, macht nichts, reden Sie, wie einer der Schnabe gewachsen ist, das wird schon gehen. Wie ich zurückkomme, also aus diesen, naja, sehr schwierigen Verhandlungen, kann man sich eh vorstellen, jedes Wort muss mich das dreimal überlegen, hat er mich gefragt, hat denn der Herr Davies mit Ihnen kein Wort Deutsch gesprochen, ich habe gesagt, nein, leider, sagt er so etwas, er hat doch bei uns hervorragend Deutsch gelernt, in Tirol, naja, gut, das nächste Mal, wie der Herr Davies angekommen ist, bei uns habe ich ihn dann gefragt, warum er denn mit mir nicht Deutsch gesprochen hat, hat er gesagt, wissen Sie was, in meinem eigenen Land spreche ich keine Fremdsprache, so viel zu uns, weil wir viel zu wenig unsere eigene Sprache benutzen, danke, das war's. Zum Geburtstag, viel Glück, zum Geburtstag, viel Glück, zum Geburtstag, lieber Reinhard, zum Geburtstag, viel Glück. Also, weitergehen. Frieden schaffen, ohne Waffen, Frieden schaffen, ohne Waffen! Frieden schaffen, ohne Waffen, Frieden schaffen, ohne Waffen! 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 Wir sind in den Kampen, in den Kampen, in den Kampen, in den Kampen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Plus- und Minuspol Bist du der Südpol mit Deutsch-Wabenland oder bist du der Nordpol mit den Eisbären? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Salzburg ein Altersheim umbauen musste bzw. die Oberbeaufsichtigung hatte und komischerweise während dieser Umbauzeiten, wo es ein ständiger Wirbel war, Theater war, sind in diesem Altersheim plötzlich keine Leute mehr verstorben. Weil sie Action hatten. Weil sie plötzlich gemerkt haben, da tut sich etwas, da rührt sich etwas, die waren aufmerksam, dass sie so manche sogar hergegangen haben, wollten mithelfen bei den Bauarbeiten. Die wurden plötzlich aktiv, also ist es möglicherweise gar nicht ganz verkehrt, dass man da und dort mal ein bisschen einen Wirbel macht, damit die Leute sagen, was ist denn da los, was tut sich denn da? Darum gehen wir das nächste Mal durchs Altersheim durch. Ich nehme diesen Hinweis an, wenn ich bei dir bin, dann machen wir es einfach da unten noch woanders, damit wir die Alpen und die Jungen etwas anders machen. Dann müssen wir wieder aufgeben zum Jugendheim, zum Kampos, wo dürfen wir nicht. Ja. Du, kann das sein, dass der Bauherr Jakob Adl hat geheißen und dann auch... Das macht man wegen dem Datenschutz schon mal da nicht. Ja, liebe Freunde, liebe Mitmarschierer. Beide Geschlechter gemeint natürlich, wie ich bin jetzt bekannt. Nein, nein, ich stehe nicht dran. Oder muss ich jeden Einzelnen nennen? Nein, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für euer Mitmarschieren. Ich bedanke mich ganz herzlich also für die Worte vom Ritsche. Recht herzlich bedanken beim Valentinos. Herzlichen Dank bei den Trommlern. Jo! Ja! Und nicht zuletzt ein herzliches Dankeschön für meine beiden Lichtbegleit-Offiziere. Bravo! Danke, Sepp! Bravo! Feiert noch ordentlich euren Geburtstag. Feiert noch. Ich weiß nicht, ob uns ein Neuzugang auch mitgeht. Feiert recht. Feiert recht. Und was euch nicht unterkriegen. Und bis zum nächsten Dienstag. Nur die Harten kommen in den Garten. Nur die Harten kommen durch, ja. Oder nur die Harten der Widerständler. In Salzburg. Danke für euer Mitdruck. Danke! Am Sonntag wieder 14 Uhr. Nachdem wir also ja den vorletzten Sonntag in der Wiener Philharmoniker Gasse angerempelt und angestoßen wurden. Du warst ja auch betroffen. Das war der Erste, der noch angerempelt hat. Ja, ich habe es gewagt. Das hätte der Burger King verkürzt. Ich habe es gewagt, diesen lieben Herrn, ja. Diesen lieben Herrn, ja. Diesen lieben Herrn, ja. Diesen lieben Herrn einen entsprechenden Brief zu schicken. Einen offenen Brief. Ja. Und zwar also auch den offenen Brief an einige Medien. An den Landeshäuptling. Und so weiter. Also es ist wirklich ein schöner, offener Brief geworden. Super. Und ja. Ich werde vielleicht nicht erwarten, dass er sich dafür entschuldigt. Aber der Brief war ordentlich genug. Und ich nehme an, dass er sehr wohl ein wenig einen kleinen Zwicker im Gewissen bekommen hat. Bravo. Hast du von dem Brief eine Kopie? Ich habe heute keine Lieds, aber du kannst gerne eine haben. Ja, total. Ich schaue mir ja gerne an, was die anderen Liedspreise haben. Ich möchte Abschlisten nochmal erwähnen. Ich habe es eh vor der Polizei schon gemacht. Nein, nein, wir reden jetzt nicht darüber, dass diese inzwischen selber erschießen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen. Parlaments-Homepage bis 2. März, also quasi gerade einmal noch zwei volle Tage. Stellungnahme abgeben gegen das Krisensicherheitsgesetz. Und nachdem ich davon aufgehe, dass ihr ja aufgeweckte seid und das schon getan habt, drängt vielleicht jene in eurem Umkreis und Umfeld dazu, die nicht ganz so aufgeweckt sind und ein bisschen fußlahmer sind als wir, zumindest den Arsch auf der Couch zu lassen und am PC ein bisschen tätig zu werden. Und weil wir gerade dabei sind, in der Danksagung wurde zuerst der Roman vergessen, wo es keine Absicht war. Der macht wie immer auch vom heutigen Spaziergang ein Video. Da kann man sich dann nochmal anschauen, was so alles passiert ist. Wenn man also quasi ein Volodomir Demensk ist. Und dann kann man da nochmal nachgucken. Da ist dann nochmal dieses parlament.gv.at drinnen. Wir haben auch ein Video gemacht, wie man das generell im Netz so macht, für alle, die internettechnisch nicht ganz so affin sind. Und dieses Video darf natürlich angesehen und geteilt werden, genauso wie alle anderen. Und ich möchte die Mitstreiter hier jetzt, wo die Haushaltsabgabe den ORF als Propagandasender offiziell über alle Grenzen hinweg finanzieren soll, dazu final einladen, dass ihr wirklich auch endlich mal damit anfangt, Romans Videos zu verbreiten. Weil solange ein Standard, eine Kronenzeitung oder eine ORF eine Bandbreite von Millionen Bürgern erreicht, solange funktioniert der Brainfuck. Und wenn ein Thomas Breit, ein Gerben Lovrecki, aber auch ein Krypto TV eine wesentlich kleinere Verbreitung findet und nicht geschaut oder geteilt wird, dann werden wir aus dieser medialen Blase nie rauskommen. Und deswegen nochmals meine Bitte, der Roman, rennt nicht hier nur mit, damit er schreit Nazis raus, was wichtig ist, weil man dem Faschismus in diesem Land nie wieder eine Plattform geben darf, sondern auch damit er das für euch, die dabei waren, als auch für andere, die nicht dabei waren, als auch für die Nachwelt, also für so böse Friedensforscher und Historiker wie den Doktor Daniel Ganser, den man in diesem Land ja auch schon ausgeladen hat, mehrfach, was einmal mehr zeigt, dass ich mit meinen Worten vor der Polizei vielleicht nicht ganz falsch lag, macht damit die später was ihm auch hilf anzuschauen haben, wie unglaublich verdrottelt unsere gegenwärtige Bevölkerung im Jahr 2023 war. Also verbreitet das, teilt das und habt daran teil. Das kann man nämlich auch, ohne auf die Straße zu gehen, ohne eine Anzeige befürchten zu müssen, weil man getrommelt hat, bequem von zu Hause aus machen. Danke dafür! Dann hätte ich gesagt, gehen wir jetzt Kuchen anschneiden. Fröhliches Feiern! Da sieht man auch im Rechtsstaat Hallein, also in der Rechtsstaat, weiß ich nicht, die Haut Hallein überhaupt schon, ist das denn eine Marktgemeinde oder ist das schon eine Stadt, klätseln die lieben Kleinen oder auch nicht so Kleinen und haben etwas gegen eine Medienrevolution, weil sie wollen, dass die Staatsmedien, die einst über den Virus berichtet haben, jetzt weiter über Klima und Krieg berichten. Und ich mache da wieder eine Restauration, und nachdem hier heute in den Wiener Öffis die Maskenpflicht offiziell gefallen ist, als, glaube ich, letztes europäisches Städtchen, würde nicht schwurbeln, aber ich denke mal schon zumindest als eine der letzten europäischen Städte, und OJ24 dazu eine Umfrage gemacht hat, dass die Bürger denn darüber denken, die natürlich dementsprechend ausgefallen ist. Da habe ich mir gedacht, wird der Roman den Videobericht von OJ24 über die Masken und das verängstigte österreichische Volk entsprechend verlinken oder vielleicht sogar reinschneiden, weil die Aussagen ganz toll sind. Und da könnten Sie nachlesen, Sie dürfen jetzt die Masken abnehmen. Selbst im Reich von Hacker und Ludwig. Vielleicht haben die, was die Medienrevolution nicht wollen, von der Oma, weil sie gestorben ist, den Volksempfänger geerbt. Naja, der wahrscheinlich betreffenderweise im Herrgottswinkel unten steht, oder? Damit man quasi Goschen halten und Händen falten und Propaganda hören gut verbinden kann. Österreichisches Traditionsdasein. Kann leicht möglich sein. Naja, ich hätte einmal gesagt, wir feiern jetzt ein bisschen. Genau, jetzt habe ich mein Geburtstag genug, die Füße vertreten. Somit, wenn es der Elvis nicht sagt, muss ich sagen, gehabt euch wohl. Der Elvis schaut ja schon wieder, dass er schaut. Es ist sowas von unglaublich. Es gibt so viele Leute, die... Da waren sie ziemlich fleißig. Die, die gegen die Neutralität und gegen Frieden haben. Die sind fast blank. Guck mal, da war noch so ein paar Schneebälle draufgelatscht worden. Entschuldigung, das gibt der Klimawärmung, da gibt es keine Schneebälle. Das ist ein Andenken an die Schneebälle von einst, wo es noch einen Winter gab. Ja, aber nachdem wir ja quasi da eventuell verschiedene Optionen haben und die Herrschaften ja so ein Problem mit Frieden und Neutralität haben, denke ich mir mal, werden wir sie ein bisschen foltern. Und darauf hinweisen, dass hier in einem theoretisch freien Land, also so wie diese letztige Wahldemokratie einmal eins war, die Freiheit Tag und Nacht auszuhalten ist. Warte, da bin ich rein. Was darf man? Ja, da was dagegen. Ja, das wird sich jetzt ein bisschen überfordern, weil da steht nichts drauf von irgendeinem... äh, wie soll ich mal sagen... Verbreiter sozusagen, oder keine Quellenangabe von wem das ist. Da können Sie jetzt dann wahrscheinlich nicht zuordnen, ob das gute oder schlechte Freiheit ist. Aber mal, schauen wir mal. Das ist ja bekanntlich der bayerische Dreisatz. Warten wir mal, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, da sind wir ja quasi mit der Södolfschen Bevölkerung sehr sehr ident. Ja, da ist was unerwartetes passiert. Plötzlich und unerwartet. Na schau, da hat ein Kind beim Glätseln nicht die passende Größe gehabt und ist nicht hingekommen. Da hast du noch so ein Maskenpickerl. Ich meine, der Kalauer ist natürlich eigentlich schon alt, aber der Roman hat natürlich schon irgendwie recht. Ein Neuen Zuseher werden wir schon haben. Ich würde erst einmal ganz kurz assistieren. Wenn man das schon so schön da hat, dass der Masken-Irsinn weitergeht und die Interessen des Österreichers klar gezeigt sind. Das Runde muss ins Eckige und der Rest ist eh nicht so wichtig. Dann werden wir da einfach einen kleinen Hinweis dazu machen, dass es vielleicht auch noch Wichtigereres gibt. Außer Brot und Spiele. Und das mal, ja Brot haben wir eh nicht mehr, die Bäcker sterben ja eh weg. Außer Käfer und Spiele. Und drüber oder drunter? Drunter? Nein, drüber. Achso, so drüber meinst du? Wir sind ja erhaben und stehen ja über solche Blödsinnigkeiten. Womit ich jetzt nicht den Verein an sich meine, sondern... Darauf krönte es. Die Message, dass es schön wäre, wenn all diese Menschen, die für ein Stadion auf die Straßen gehen, vielleicht doch einmal für ihre Grundrechte nicht nur ein Fußballspiel in ihrem Stadion sehen zu dürfen, sondern generell in Freiheit leben zu dürfen. Ich bin mit oder ohne Stadion, ich gönne ihnen ihr Stadion selbstverständlich, dass das vielleicht sinnvoll wäre. So. Wir haben dort noch ordnungsgebäß den Müll. So ist ja auch noch einer. Machen wir noch einen zweiten, weil es folgt ist. Nachdem ja die vielen, vielen Mitstreiter zwischen Jörger und bei uns Infozeug deponieren, damit wir was zum Tun haben. Bringen wir es auch unter die Leute. Genau. Darauf brot es und darauf krönt es. Ja, ich wollte mich nicht so sehr strecken, dann rutscht mir eventuell irgendwo das T-Shirt hinten aus dem Hosenbund und dann kriege ich eventuell kalte Nieren und dann bin ich vielleicht krank und dann brauche ich vielleicht eine Auffrischung vom Schwester, könnten sie mir einen Blasen- oder Nierentee bringen. Und nachdem das ja heute so nicht mehr gesagt werden darf, weil ich mir ja gar nicht mehr sicher bin, ob es den Beruf der Krankenschwester noch gibt, weil wir haben ja auch männliche Krankenschwestern und da muss man natürlich politisch korrekt, dann weiß ich nicht, wie man die dann anspricht. Krankenbruder oder keine Ahnung. Also wie ich noch als Krankenpfleger unterwegs war, haben mich die Patienten immer Herr Doktor genannt. Weil mit dem weißen Kittel schaut man einfach wie ein Gott aus. Ja, gut. Herr Doktor, Herr Doktor! Über die Götter in weiß will ich jetzt nur partiell was sagen. Und über die Götter, nein, reden wir nicht drüber. Die Götter müssen eher verrückt sein. Genau. Und damit haben wir jetzt final unser heutiges Tun hier beendet. Der Rest ist ja schon wieder in die Gastronomie vorgeströmt, weil man hat ja seine Schuldigkeit bereits getan. Und das Tagwerk werden wir jetzt auch niederlegen, weil wir haben jetzt auch die Schuldigkeit getan. In diesem Sinne, der Roman sagt gehabt euch wohl. Ich weise nochmal darauf hin, dass da auf dem Schild, da auf dem Schild... Ach so, er ist dick da oben. Wie gesagt, ich finde es schön, da will wir dem Faschismus entgegentreten. Nein, nein, ich finde es total schön, dass man quasi gegen den Faschismus mit Fußball auftritt. Und ich frage jetzt gar nicht, wann die meisten Fußballclubs, die traditionellen, so gegründet wurden von den Jahreszahlen her. Aber lustig, dass die das lassen haben. Und stelle fest, man hat nichts dagegen, dass man Grund- und Freiheitsrechte einschränkt. Man hat nichts dagegen, dass man mit Wasserwerfern auf Bürger losgeht, die friedlich ein Schild mit der Aufschrift Grundrechte hochhalten. Aber man meint dann, was gegen Rechts zu tun. Ich glaube, mein Geschichtslehrer in der Schule damals, der war ziemlich verpeilt, der hat mir das Nazi-Regime anders erklärt. Aber wir lernen da nie aus. Ja, siehst du, das wird jetzt alles besser. Schaust dir jetzt einfach einen Propagandasender an, kaufst dir einen Fernseher dafür, wenn du noch keinen hast, weil zahlen musst du sowieso dafür. Und dann kannst du tolle Dokus anschauen, wie das damals wirklich war. Weil ich glaube, das Ausgrenzen gewisser Bevölkerungsgruppen und das Diffamieren Andersdenkender, das ist, glaube ich, eindeutig was. Das ist ja nicht aus dem rechten Eck. Das machen ja die guten Menschen. So wie das da, und das ist natürlich nur meine persönliche Meinung, mein Lieblings-TV-Trottl Dr. Sebastian Barmena unlängst erklärt hat, wo er gesagt hat, nein, es gibt ja keine linken Diktaturen. Oder es gab nie welche, weil links ist ja immer menschenfreundlich. Meine geilste Meldung von Barmena, habe ich empfunden, war wie er mit auf die kleinen Kinder mit Wasserwerfen und Hunden losgeholt hat. Ja, und Gummigeschossen und so, ja, ja. So, und jetzt wirklich, gehabt euch bald, bye-bye.